Hi, heute bekommen wir richtig was gebacken und zwar das hier. Das ist ein gefülltes Focaccia mit Gorgonzola, Tilsitter und Rucola. Ein Megabrot für eure nächste Grillparty und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier ist jetzt erstmal die erste Runde der Zutaten, die ich für mein Focaccia mit Käse und Rucola brauchen werde. Das Rezept habe ich von meiner Lieblingsinsel Mirihie mitgebracht. Felix Barmert, der Koch, war so lieb mir das Rezept zu geben. Und Leute, schnallt euch an! Dieses Brot ist der absolute Wahnsinn. Focaccia gefüllt mit Dopp und Zola und Raucke. Ei, ei, ei. Wir starten mit einem Kilo Mehl. Es wird also ein relativ großes Brot. Deswegen habe ich auch hier den Topf von meiner KitchenAid stehen, weil der Thermomix packt das halt einfach nicht. Wir haben also ein Kilo Weizenmehl. Da hinein kommen 20 Gramm Hefe. Ich habe hier jetzt so frische Hefe, die bröckele ich da einfach gerade rein. Dann habe ich hier 20 Gramm Salz. Die verteile ich so ein bisschen, dass sie nicht direkt auf der Hefe drauf sind. Und dann folgen 350 Milliliter Milch und 350 Milliliter Wasser. Dann habe ich jetzt hier noch 40 Milliliter Olivenöl. Die kommen gleich dazu. Das Ganze spanne ich jetzt also in meine Küchenmaschine ein und lasse den Teig 10 Minuten richtig schön glatt rühren. Und los geht die wilde Fahrt. So, wunderbar. 10 Minuten später ist unser Teig gut verknetet. Den löse ich jetzt gerade noch hier von dem Haken. Und jetzt muss er natürlich gehen. Das ist ein Hefeteig und der bekommt richtig Zeit und zwar 4 Stunden. Das heißt, ich werde den jetzt abdecken mit einem feuchten Handtuch und dann stelle ich den ins Wohnzimmer bei Zimmertemperatur und lasse ihn für 4 Stunden gehen, dass wir dann gleich so einen richtig schön fluffigen Teig bekommen. So, 4 Stunden später könnt ihr sehen, dass der Teig ordentlich aufgegangen ist. Ich habe da keinen extra Zucker mit dran getan. Die Hefe hat sich rein aus der Milch bedient, aus dem Zucker, der in der Milch drin ist. Und ja, wie gesagt, unsere Teigmasse hat sich auf jeden Fall nicht verkleinert. Die gilt es jetzt auszurollen bzw. auszubreiten. Und dafür habe ich mir hier noch ein klein wenig extra Mehl sozusagen beiseite gelegt. Liebe Grüße an die Sizzle Brothers an der Stelle. Und hier seht ihr auch schon die Füllung, die wir jetzt gleich brauchen werden. Wir haben hier 100 Gramm Rucola, dann haben wir 200 Gramm Gorgonzola und 140 Gramm Tilsitter Käse. Das ist das, was in das Brot hineinkommt. Außen werden wir dann noch eine kleine Kruste machen aus Seesalz und frischem Rosmarin. Und dann wandert das Ganze auf den Grill. Grill ist ein gutes Stichwort, den heize ich gerade eben schon vor. Ich habe hier meinen Gasgrill mit indirekter Hitze, habe in der Mitte einen Pizzastein auf zwei Ikea-Deckelhaltern stehen, damit es ein bisschen höher kommt, damit wir eine schöne Oberhitze bekommen. Den Grill heize ich jetzt auch bei indirekter Hitze, auf 190, 200 Grad vor. Da muss das Brot dann später backen. Ich würde sagen, wir rollen mal den Teig aus, dass wir den füllen können. Dafür bemehle ich erstmal meine gereinigte Arbeitsfläche. Und dann sorge ich dafür, dass der Teig hier aus der Form kommt. So, jetzt können wir den Teig hier schön ausformen. Da bahn es natürlich komplett einsauen. Das ist natürlich vollkommen richtig so und gewollt. Wichtig ist halt einfach wirklich, dass ich den Teig jetzt nicht mit einem Nudelholz bearbeite, sondern ihn einfach wirklich nur mit den Fingern auseinanderziehe. Wichtig ist, dass auch genug Mehl drunter ist, dass das Ganze eben nicht, nach Möglichkeiten, nicht anklebt. Wunderbar. Und dann wird das Ganze jetzt eben dementsprechend gefüllt. Hier haben wir unsere 200 Gramm Gorgonzola. Ich möchte das Ganze gleich zuklappen. Und, äh, Wespen haut ab. Ähm, und dafür brauche ich dann gleich ein bisschen Platz. Also ich lasse hier am Rand immer so ein bisschen was frei und nehme jetzt den Gorgonzola und zupfe ihn in Stücke. So, den Käse dann so ein ganz klein wenig auch in den Teig reindrücken. Gleiche gilt dann für den Tilsitter, den auch gerade einfach in Stücke reißen. Und dann verteilen und auch so ein klein wenig in den Teig drücken. So, und jetzt habe ich hier den Rucola, den platziere ich jetzt da oben drauf. Wie gesagt, immer darauf achten, dass ihr so einen kleinen Rand lasst. Und das sieht jetzt viel aus mit dem Rucola. Natürlich wird der gleich beim Backen des Brotes noch in sich zusammenfallen. So, dann nehme ich mir jetzt die andere Hälfte des Teiges und schlage sie über den Rucola drüber. Dass wir das Ganze so schön zukriegen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir hier die Ränder umschlagen. Dass das Ding ordentlich dicht ist. Da werden wir gleich auf jeden Fall einen Pizzaschieber brauchen, um das Ding heiler auf den Grill zu kriegen. Wie gesagt, Pizzastein liegt schon drauf. Der heizt jetzt vor. Das Brot lasse ich jetzt erstmal noch so für 10 Minuten liegen. So, der Pizzastein ist ordentlich vorgeheizt. Jetzt bepinseln wir das Brot außen noch ein wenig mit Wasser. So, und dann habe ich hier frischen Rosmarin. Da zupfe ich mir einfach so ein paar Zweige runter, beziehungsweise Nadeln. Verteile die hier so über dem Brot. Das Ganze sozusagen von außen noch mal ein wenig aromatisieren. Und dann habe ich hier Meersalz. Das wird einfach drüber gesprinkelt. So, und jetzt habe ich nicht einen, sondern zwei Pizzaschieber hier. Die werden wir sicherlich auch brauchen. Ich hebe das Brot jetzt auf den Pizzastein. Los geht's. Und zwar fangen wir von der einen Seite so an und von der anderen Seite so. So, dann haben wir den Grill auf. Hier ist das Brot. Vorsichtig auf den Pizzastein draufgeben. Gucken, dass es uns hier an der Seite nicht abhaut. Ein Kilo ist vielleicht doch ein bisschen viel. So, und jetzt mache ich den Deckel zu und lasse das Brot jetzt für eine Dreiviertelstunde bei 190 Grad backen. So, liebe Leute, eine Dreiviertelstunde ist rum bei 190 Grad und schaut euch dieses Kunstwerk an. Das ist ja der Hammer. Schön kross außen, so wie es sein soll. Und nicht angebacken. Auch ganz wichtig. Jetzt gucken wir mal. Das dürfte ja eigentlich so vom Grill zu nehmen sein. Der Wahnsinn. Das muss jetzt noch ein paar Minuten ruhen. Schaut euch das an. Der Hammer. So, eine gute Viertelstunde Wartezeit ist rum. Zeit, unser Schätzchen anzuschneiden. Warte mal. Warte mal. Es hört sich fantastisch an. Ich würde sagen, wir setzen das Messer einmal hier an. Schaut euch das an. Perfekt. 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 Es ist wirklich wichtig, dass ihr es eine Viertelstunde, 20 Minuten liegen lasst. Wirklich wichtig. Weil sonst einfach der Käse euch den Abmarsch macht. Und jetzt schneide ich mal hier so eine Tranche runter. Super luftig ist das Ganze. Schaut euch das an. Hier an der Seite der Käse. Oh. Mega. Tja, Freunde. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mir so ein Stückchen hier zu nehmen. Und dann beißen wir mal rein. Es ist einfach unfassbar. Das Brot ist super saftig. Ihr habt außen schöne Kruste. Dann das saftige Brot. Dann den Käse mit dem Rucola zusammen. Es ist wirklich ein Traum. Es ist eine perfekte Beilage zum Grillen für eure nächste Grillparty. Wenn ihr das Brot hinstellt, glaubt mir, das wird im Nuvex sein. Das auch mit einem Glas Rotwein. Richtig, richtig geil. Aber das hier ist einfach wirklich, das Ding ist perfekt. Ich muss hier nochmal. Das Stück wird immer kleiner. Es ist einfach so unfassbar lecker. Das, Leute, wie gesagt, die perfekte Beilage für eure nächste Grillparty. Ich bin mir sehr sicher, von diesem Brot werden keine Reste bleiben. Unfassbar lecker. Ich habe das, wie gesagt, im Urlaub auf meiner Lieblingsinsel essen dürfen. Und ja, ich war sofort schockverliebt. Und dieses Rezept musste ich euch unbedingt zeigen. An dieser Stelle nochmal Felix Barmert. Vielen lieben Dank dafür, dass du mir das Rezept gegeben hast. Das ist eine unfassbar geile Nummer. Die solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen Freund in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, keine, gönnt ihr das unten unter dem Video auf kostenfrei irgendeine Grillerbasis machen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier vorne eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Barbecue aus Rheinhessen vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Lohnt sich also absolut. Das war es für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachbacken. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.